Intelligente Verdichter bedeuten viel für Bitsa. Wir haben natürlich den Bedarf, die beste Produkte beim Kunden zu liefern für zahlreiche Anwendungen, wie Karwassersätze, Wärmepumpen, Wärmeergewinnungssysteme. Für uns ist die beste Lösung in dem Fall unsere IQ-Produkte. Die werden sich anpassen, in der Zukunft auch viele Funktionen dazubringen, zum Beispiel die VE-Anpassung oder Drehzahlregelung, das man beim Verdichter zum Beispiel mit dem CSV mal findet, und auch die Kompatibilität mit zukünftigen Kältemitteln. Also in Europa bei der Elfgasregelung müssen wir mal natürlich auch agieren. Zu dem Thema Energieeffizienz auch mit dem zukünftigen Eco-Design 2021. Da müssen unsere Verdichter jetzt fertig sein, weil was wir bauen, sollte eine höchste Qualität sein und auch im Leben dauern. Also bedenken heute für die heutigen Bedarfe, aber auch für die Zukunft. Für uns ist natürlich wichtig, dass alle Kunden eine Lösung finden oder dass man eine sonderkomplexe und teure Lösung findet. Und dafür sind die Verdichter mit IQ-Produkten oder dafür angepasst. Die Verdichter mit IQ-Produkten Die Verdichter mit IQ-Produkten Die Verdichter mit IQ-Produkten Die Verdichter mit IQ-Produkten Die Verdichter mit IQ-Produkten